Salve und herzlich willkommen zu diesem Latein Video. Das kannst du in diesem Video lernen. Die Formen des Futur II, die Bildungsregeln für das Futur II und die Verwendung des Futur II. Zunächst einmal wollen wir uns aber das Deutsche ins Gedächtnis rufen. Dazu starten wir zunächst beim Futur I, für das ein Beispielsatz so lauten könnte. Johanna wird Leon schreiben. Die Handlung des Satzes findet vom Präsens aus gesehen in der Zukunft statt. Das Futur I wird gebildet mit dem Hilfsverb werden. Wandeln wir diesen Satz nun in ein Futur II um, lautet er, Johanna wird Leon geschrieben haben. Aus dem Schreiben wird geschrieben haben und die Handlung findet zwar in der Zukunft statt, ist aber bereits abgeschlossen. Darum nennen wir das Futur II auch vollendete Zukunft. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Johanna wird in den Urlaub gefahren sein. Da es sich bei Fahren um ein Verb handelt, das eine Bewegung ausdrückt, ändert sich das Hilfsverb von haben auf sein. Wir können festhalten, im Deutschen besteht das Futur II aus dem Futur-Hilfsverb werden, dem Partizip II und dem Hilfsverb haben, bei Bewegung sein. Jetzt wollen wir zum Lateinischen kommen. Wir starten mit einem Beispielsatz. Claudia Marco Epistulam Skripseret Auf Deutsch Claudia wird Markus einen Brief geschrieben haben. Schau einmal genau auf das Prädikat Skripseret, das im Futur II steht. Kannst du es mit Hilfe deines Vorwissens in seine Bestandteile zerlegen und Stamm, Kennzeichen und Endung benennen? So ist das Wort zusammengesetzt. Neu und somit wahrscheinlich das Kennzeichen des Futur II ist eri. Der Wortstamm Skrips entspricht dem Perfektstamm. Und die Personalendung lautet hier wie die im Präsens. T für die dritte Person Singular. Ob diese Vermutungen auch auf die anderen Formen zutreffen, müssen wir im Folgenden noch überprüfen. Hierzu habe ich dir Beispielsätze vorbereitet, die alle mit Gaudebo, ich werde mich freuen, beginnen. Ich lese dir die übrigen Teile der Sätze vor, bevor du sie gleich übersetzt. Gaudebo cum mihi Epistulam Skripseres. Gaudebo cum Nuntius Epistulam Portaveret. Gaudebo cum Epistulam Legero. Gaudebo cum Amici ad fuerent. Gaudebo cum Luseremus. Gaudebo etzi vikeritis. Nun bist du an der Reihe. Übersetze die Sätze schriftlich. Behalte im Hinterkopf, was wir über das Futur II im Deutschen gelernt haben und schaue auch schon einmal auf die Bildung der Futur II-Formen. Halte jetzt das Video zum Übersetzen an. Bist du gut zurechtgekommen? Dann wollen wir jetzt die Übersetzung vergleichen und dabei bereits einmal überprüfen, ob das Kennzeichen des Futur II wirklich immer Erri ist. Zu welchem Entschluss bist du gekommen? Satz 1. Ich werde mich freuen, wenn du mir einen Brief geschrieben haben wirst. Erri ist enthalten. Satz 2. Ich werde mich freuen, wenn ein Bote den Brief gebracht haben wirst. Auch hier ist Erri vorhanden. Satz 3. Ich werde mich freuen, wenn ich den Brief gelesen haben werde. Hier ist kein Erri, sondern nur ein er. Satz 4. Ich werde mich freuen, wenn die Freunde da gewesen sein werden. Hier haben wir wieder Erri. Satz 5. Ich werde mich freuen, wenn wir gespielt haben werden. Auch hier tritt Erri wieder auf. Und Satz 6. Ich werde mich freuen, auch wenn ihr gesiegt haben werdet. Und auch hier haben wir Erri. Unsere Vermutung stimmt also leider nicht ganz. Doch wir müssen nicht viel ändern. Es reicht, wenn wir ergänzen, dass in der ersten Person Singular das Kennzeichen er ist. Dann ist es richtig. Und wie sieht es mit unserer zweiten Vermutung aus, dass der Wortstamm dem Perfektstamm entspricht? Was meinst du? Ja, alle Futur 2 Formen haben den Perfektstamm. Wir können also unsere Vermutung mit einem Häkchen versehen. Und wie ist es bei unserer dritten Vermutung, dass die Personalendungen wie im Präsens lauten? Zunächst darfst du wieder angeben, auf welches Ergebnis du gekommen bist. Alle Endungen kennen wir bereits aus dem Präsens. Somit können wir auch an diese Vermutung einen Haken setzen. Klasse! Jetzt wollen wir unsere Erkenntnisse noch einmal zusammenfassen. Zunächst die Formentabelle mit dem Beispielwort Scribere. Scripsero, ich werde geschrieben haben. Scripseris, du wirst geschrieben haben. Scripserit, er, sie, es, wird geschrieben haben. Scripserimus, wir werden geschrieben haben. Scripseritis, ihr werdet geschrieben haben. Scripserint, sie werden geschrieben haben. Das Futur 2 setzt sich bei allen Verben aus dem Perfektstamm, dem Tempuskennzeichen eri in der ersten Singular er und der Präsensendung zusammen. Das Futur 2 bezeichnet wie im Deutschen die vollendete Zukunft. Halte das Video an dieser Stelle an, um dir die Tabelle und die Regeln zu notieren. Anschließend geht es weiter. Wir wollen uns jetzt noch einmal genauer mit der Übersetzung des Futur 2 beschäftigen. Die Übersetzung dieses Satzes mit dem Deutschen Futur 2 kennst du bereits. Ich werde mich freuen, wenn du mir einen Brief geschrieben haben wirst. Du wirst dir sicherlich schon gedacht haben, dass du das Futur 2 im Deutschen kaum benutzt. Stattdessen würdest du vermutlich eher so formulieren. Ich werde mich freuen, wenn du mir einen Brief geschrieben hast. Oder Ich werde mich freuen, wenn du mir einen Brief schreibst. Das ist auch beides richtig. Im Deutschen kann das Futur 2 auch mit Perfekt oder Präsens übersetzt werden. Das wollen wir noch in unsere Übersicht aufnehmen. Halte das Video an, um diesen Satz auch in deinen Aufzeichnungen zu ergänzen. Im Anschluss kommen wir dann auch gleich zum Ende. Soviel zum Futur 2. Hast du alles gut verstanden? Das kannst du jetzt mit einem kurzen Quiz überprüfen. Hast du alles richtig gemacht? Super! Dann scheint dir das Futur 2 keine Probleme zu bereiten. Wenn du noch Fehler gemacht hast, kannst du das Video oder Teile davon noch einmal ansehen oder bei weiteren Fragen deine Lehrkraft in der nächsten Lateinstunde fragen. Vielen Dank, dass du das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!